aus der Stadt ist egal was ich da gelaufen habe auf jeden Fall spielen wir gleich den Rangkampf und ich weiß nicht was da gleich auf uns kommen wird aber bestimmt nichts cooles oder ah ne schon wieder dumm guck mal nur das hatte ich eben schon hatte ich wirklich eben schon aber etwa kacke es war wirklich kacke und ja einfach soll ich sagen kacke äh ich setz mich mal oh scheiße hoffentlich klatscht mir jetzt nichts aufs gesicht ne ok so ok wir machen Rangkampf Tumkommando wer Tumkommando nicht kennt den sag ich jetzt das ist einfach also man muss den Turm haben und wer wer den Turm hat der wird einfach dazu gebracht den Turm zu kommandieren und damit umzufahren und das habe ich grad nicht geschafft deswegen müssen wir den Turm aufhalten indem wir die anderen da da drauf töten und selber da drauf zu gehen und das habe ich jetzt geschafft und ja und ich habe jetzt sogar zwei getötet es ist gut und sie sind in Gefahr denke ich eher nicht so aber doch 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 ne wir sind in Gefahr in Gefahr nicht die ähm ja aber wir sind trotzdem eher gesackt am guten ich habe auch ein ich werde sowieso gestorben ich bin sogar gestorben aber man hätte sie auch verhindern können schweiß ich habe gerade den kind super wollte die auch ausführen aber noch nicht geschafft was stehst du denn da nur rum nein 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 Scheiße mei! Immer sterbe ich da! Ja, das ist sehr kacke, was wir hier richtig verlieren. Scheiße, ich bin gestorben, ich habe mich darauf konzentriert, ich wollte gerade mit dem Superabfallern, aber es ging mir trotzdem nicht. Schade. Das ging auch nicht und deswegen versuche ich ihn von der Seite abzuballern. Und, wie, warum? Tintmine, ja genau. Richtig dumm. Warum setzt man da eine Tintmine hin, wenn man doch sowieso schon tot ist? Man kann es doch gar nicht. Ja, dein Bart. Ey, man, 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 man. Ihr kommt von der Seite. Oh man, ey, die töten mich so richtig hart, ne? Wer schon gesehen hat, ich bin ein Mädchen. Bei Splatoon, Mann. Splatoon, Mann. Splatoon. Ja, ich bin ein Mädel, Mann. Weil Mädel noch besser aussieht und ein Freund von mir hat auch Splatoon und ist auch ein Mädel, obwohl er ein Junge ist. Und wir haben gewonnen. Scheiße. Ich hab's geschafft. Leute. Was? Wie geil war das denn? Ich weiß selber gerade nicht, wie ich das geschafft habe. Bestimmt durch eine Mine, aber... Alter! 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 Ich hab' sogar ne neue Waffe und einen neuen Rang. Äh, 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 neue Stufe. Und, ja, ich wollte mal sagen, jetzt gehen wir in einen, äh, Standardkampf. Ich muss nur noch, nur hier wieder runterkommen. Weil ich nicht die ganze Zeit da oben sitzen bleiben möchte und nichts machen. Bis gleich! So. Da geht's schon los. Und wir sind Team Blau. Ähm, gut. Und, ja, dann gucken wir mal, ob wir alles einfärben können. Wenn nicht, dann ist es nicht schlimm. Verlieren gehört auch mal dazu, zu einem Kampf. Man muss nicht mal verlieren können. Das muss man wissen. Und das sage ich jetzt nicht nur an euch. Denn es gibt auch ein paar andere Leute, die sollten auch mal verlieren können. Wenn sie nicht verlieren können, ist das ja schade. Denn dann versuchen sie immer wieder zu gewinnen. Und bei einem Glücksspiel versuchen sie dann bestimmt immer wieder zu gewinnen. Und geben dann ihr Geld aus. Das hätte ich nicht gemacht. Also auf unserem Gamepad sieht es gut aus. Ähm. Auf meinem Gamepad. So. Ich wandere mal hin und da hin. Genau hier. Ja, sieht eigentlich gut aus. Ähm. Da blende ich es euch nochmal ein. Äh. Da. Und dann los. Weiter, 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 weiter. Ich versuche mindestens 400 Punkte zu erreichen. Jetzt habe ich gerade 362. Wenn die es nicht sehen, nicht sehen. Ähm. Ja. Auf unserem Gamepad sieht es wieder gut aus. Und das soll ja natürlich so bleiben. Und ich habe sieben. Äh. 400 Punkte. Oh. Da war einer. Muss ich nicht abhauen. Weil das ist kacke. Uh. Uh. Nein. Scheiße. Ich brauche noch ein bisschen Punkte. Ein bisschen Punkte brauche ich noch. Komm. Ein paar Punkte. Ein paar Punkte. Ein paar Punkte. Da ist noch ein bisschen frei. Scheiße. Ein Punkt fehlt mir noch. Ja. Ich habe 500 Punkte. Nein. Genau 500 Punkte. Und jetzt kriege ich einen Punkt mehr. Oder? Sie probieren noch alles. Aber nein. Es wird nicht klappen. Hier nochmal. Es wird nicht klappen. Wir haben gewonnen. Safe. Wir haben hier safe gewonnen. Nächstes Match. Nächstes Match. Gut. Äh. Los geht's. Und. Hoffentlich mögt ihr es ins Play. Weil es gibt ja auch Splatoon 2. Aber das habe ich leider noch nicht. Und die Nintendo Switch auch noch nicht. Weil ich noch nicht Geburtstag hatte. Äh. Aber ich kriege sowieso Splatoon 2 nicht. Oder ich wünsche mir. Äh. Hm. Was ich mir wünschen. Äh. Eher nicht so. Weil das kann ich nicht so zu zweit spielen. Glaube ich. Das ist nämlich doof. Und. Ja. Ne. Ich hole mir Mario Kart. Das kann man nämlich auch noch zu zweit. Offline spielen. Und lokal kann man das sogar auch noch spielen. Und. Ja. Splatoon 2 hole ich mir dann irgendwann. Aber jetzt nicht genau zum Geburtstag. Weil das ist. Unnötig. Denn. Ich habe ja schon Splatoon. Und. Schön. Soll ich nochmal. Irgendwann eine. Dass ich mir alles tun. Soll ich es mir auch noch mal noch eine Room To machen? Sagt es. Sag es mir einfach. oder schreibt es mir einfach in die kommentare oder macht selber ein video und schreibt es in die kommentare dass ihr ein video gemacht habt und das gesagt habt und ich verlinke unten der beschreibung mein oder schreibe unten mein musical account rein und mein snapchat account rein denn ihr könnt mich bei snapchat enden wenn ihr snapchat habt und meine stories angucken denn da werde ich ein paar sachen erzählen oder fotos posten habe ich sogar jetzt gerade gemacht eben ja er hat mir ja kommen wir gewinnen selbst gewinnen wir sind ja die pinken ich hole noch ein paar punkte ja ein paar punkte können wir uns noch holen komm wir versuchen die 600 zu knacken dann haben wir den neuesten punkt ja 600 haben wir geschafft 600 haben wir geschafft haben sogar noch einen erledigt und erledigt und welche erledigen ist auch noch gut das sollte man nämlich auch noch machen wenn man gerade zeit dazu hat wir sollten gewonnen haben ja 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 wir sollten gewonnen haben wusste ich doch ja ich habe nicht mehr ich habe eigentlich keine zeit mehr noch was aufzunehmen tut mir leid aber der nächste part wird cool auch sehr cool und ja dann würde ich sagen das war's und bis zum nächsten video unten snapchat verlinkt erst mal hingeschrieben weil ihr müsst euch das merken oder nicht also bis dann und schau unten snapchat unten musically verlinkt und tschau